Die letzten Bilder hier außen, auf dem Vortrag. Training ist hier Ende. So gesagt. Wollen wir sehen, was die machen, die Jungs. Ich bin mal gespannt drauf. Wir sind wieder für ein schönes Spiel. Dieter Hecking, Tobias Schweinzeiger, die waren ja auch schon mal hier. Aber wie gesagt, irgendwann in Nürnberg hat, glaube ich, noch nicht eins viel verloren. Auch in der Liga nicht. Das könnte sehr interessant werden. Wollen wir sehen. Ich bin mal gespannt. Tommi, sie sind immer freundlich zu mir. Ja logisch, das ist doch richtig. Ein junger Mann, ich glaube, der muss mal wegen mir spielen. Jetzt kommt Merli, mein Freund. Ja logisch. Alles Gute Morgen. Bis morgen früh, oder? Auf dem Sofa, ja. Ach, morgen früh, ja natürlich. Macht ihr noch was? Ja, sicher. Welche Uhr? Zehn Uhr? Zehn Uhr? Zehn Uhr. Dankeschön. Das hab ich gar nicht gewusst. Zehn Uhr, Peter. Dankeschön. Das ist ja klasse. Hier unser Timmy. Timmy Walders. Der hat jetzt richtig Bock drauf. Da bin ich von überzeugt. Ja, ich muss schon sagen, der Jonas David, da hatte ich ja immer so meine Bedenken. Der hat sich gut gemausert, muss ich schon wirklich sagen. So, Herr Mutzel laufen, Mutzel schon wieder Telefonieren. Wieder ein neuer Spieler vielleicht. Und unsere Granate, unser Fenney, alles klar. Klasse. So wollen wir das sehen. Moin. Viel Glück morgen, Jung. Hau sie vor den Platte. Die beiden, der kauf man auch. Der Wurwitz auch. Ich glaub, der kommt auch noch. Da bin ich früher zurück. So ist er. Jetzt kommt Robert. Robert. Robert, für dich alles gute Morgen. Alle, alles gute. Alle. Alles gute. Für dich morgen, Jung. Jetzt kommen wir hier mit unserer Hand. Moin, mein Guter. Gute Genesung. Gute Genesung wünsche ich dir schnell. Du bist schon weit vorbei. Du hast aber Pech gehabt. Das will ich dir sagen, du. Mein Lieber. Aber das geht weiter. Das weißt du ja. Logisch. Der Trainer gibt noch ein kleines Statement. Der ist natürlich jetzt vorne. Sie haben keine Argumente, um da schlecht zu reden. In Paderborn. Davon natürlich ein riesen Argument. Das war ja eins. Habe ich ihnen auch gegönnt. Weil alle wieder rumgepöbelt haben. So ist er.